Wir besuchen jetzt meinen lieben Kollegen, den Dr. Sander. Hier ist seine Garderobe. Sebastian Sander und... Knock, knock! Hallo! Oh, er ist nicht da! Ich begrüße euch ganz herzlich hier vom Set von Nachtschwestern. Wir sind hier im wunderschönen KKW, hier der Empfang hinter uns. Und mir ist aufgefallen heute, irgendwie, es fehlt doch jemand in unserem Team. Samira. Samira ist einfach eines Tages nicht mehr gekommen. Wir kommen uns einfach weg. Ich befrage heute ein paar Kollegen und Mitglieder des Teams, wo Samira eigentlich ist und was mit ihr passiert. Seid gespannt! Wir sind hier in meiner wunderschönen Garderobe mit Mr. Dr. Kühnert himself. Dr. J.K. J.K. Kühnert. Wo ist Samira? Weißt du das überhaupt? Meines Wissens nach ist Samira in der Südsee. In der Karibik. War sehr unerwartet und dann auch gleich so komplett weg. Sie ist durchgebrannt mit ihrem Lover, der sie gelockt hat mit einem schönen Leben. Und außerdem wollte sie, glaube ich, Dr. Kühnert auch ein bisschen eins auswischen, oder? Und das fuckt den Janni so richtig ab. Glaubst du, dass sie wiederkommen wird? Wenn ich sie wäre, würde ich nicht wiederkommen. Ich glaube, dass ihr Plan nicht ganz so gut aufgegangen ist und man sie eventuell wieder sieht. Schnell als erwartet. Alle hoffen natürlich, dass sie wiederkommt. Ich kann sagen, ja, sie kommt wieder. Wann genau? Bald. Ich denke mal, sie vermisst es auch so ein bisschen, ihren Job da zu machen. Wenn man einfach so plötzlich einen anderen Lebenswandel hat, dann vermisst man Sachen auch schon. Und auch ihre Freunde und Kollegen. Komm, wieder Samira. Natürlich sehr gut gebräunt. Sehr gut gebräunt, ja. Was denkst du, sind Jan und Samira das Traumpaar schlechthin oder einfach gar nicht voneinander gemacht? Ich würde sagen, schon. Also so, wie man sie in der ersten Staffel zusammen erlebt hat. Natürlich ist es dann gegen Ende ziemlich blöd gelaufen. Also er war nicht so ein Gentleman, aber ich glaube, dass sie vielleicht sogar wieder zueinander finden können. Ich finde, sie passen sehr gut zusammen. Auf jeden Fall. Weil? Weil sie einfach süß sind zusammen. Sie werden sich wiederfinden. Auf jeden Fall. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass in Dr. Kühnert dem Bad Guy vielleicht auch ein Good Guy steckt. Ich finde, die haben sich immer ganz gut ergänzt. Und haben sich selber gegenseitig so ein bisschen, nicht eingeschränkt, aber sich gegenseitig ihre Grenzen gezeigt. Und das finde ich immer ganz gut. Jan hat was an ihr gefunden. Und sie auch an ihm. Und ein paar Leute stellen sich so ein bisschen dazwischen. Ich meine, Jan selber stellt sich dazwischen, weil er einfach so dumm ist und so plump und das dann ganz gerne verkackt. Aber ich glaube, dass am Ende irgendwann, wenn auch nicht vielleicht Ende der zweiten Staffel, alles gut wird. Das heißt, es bleibt spannend und bleibt dran und schaltet ein. RTL. 20.15 Uhr Nachtschwestern und jederzeit bei TV Now. Genau. è 1 3 0 0 0 0 0 0